Hallo Wenn die Katze scheinbar wichtig ist Ich weiß noch nicht warum Ich weiß nicht ob ich das Herz oft nutzen werde Ich hab eigentlich nicht Bock drauf Einfach zu reisen Also zu Fuß Ja, wir gehen geradeaus einfach Sollte ja irgendwo die Katze sein So, hallo? Mietz Mietz? Oh, ich hör sie Kehren wir schon wie in das Gebäude jetzt rein oder was? Streitigkeiten schlichten Oder auch keine Streitigkeiten schlichten Wie komm ich denn da rein Ich hab keine Möglichkeit hier rein zu kommen Ich kann noch nicht da hoch oder so Oh Soll das so sein? Oh, was ist denn jetzt? Hallo? Ah, da oben Ah, schön Oh Süß Eintrag freigeschaltet Ok, dann gucken wir uns mal hier die Streitigkeiten an Er hätte mich wahrscheinlich die eine äh, neben uns zu nennen geführt, ne? Oh, hallo? Geh weg! Jemand muss mir helfen! Achso, wir sollen die volle Wunden hatten Oh, meinst du aus dem Sinn low? Oh, der ist aber ein bisschen dicker als die anderen Hä? Hä? Er hat einfach keinen Schalmischen Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln Ja, dann würdest du halt und dann reisen wir mal wieder hin, ne? Wenn wir hier so viel noch zu tun haben Schau mal an mein Pferd Aber mach mir jetzt nicht die Mühe Ich laufe hier ewig weite Wege Hier kann ich mir wohl wahrscheinlich auch noch was Ja, sag ich schon Ist auch noch ein Konflikt So So Oh Holla Hier ist schon mal nix Dann gucken wir uns den Konflikt hier noch um Wolltest du dich einbissen? Was wirst du jetzt bereuen? Steig Steig Ja, ja. Ah, gut, gut. Haha. ich bin schon im nächsten gebiet weit im nächsten gebiet schon ups das wollte ich gar nicht wie macht das mein pferd wie kann ich das so schnell bohren was hat es mit diesen hasen auf sich? ich habe das gefühl die haben auch irgendeine bedeutung ich setze mir jetzt einfach mal meinen weg und punktieren und so ich kann auch autopieren stimmt es ist so groß muss ich sagen aber hat noch viel zu tun schau mal was wir hier haben da lief irgendwas? konnt ich das einfangen? so schauen wir noch mal ich vermute dass wir hier gegner auftauchen oder so noch nicht hallo ich kann hier aber auch nicht grüßen oder so ne so was haben wir denn hier zack zack das sind wir unseren banner so gut so ähm gebietsinfo es fehlt noch ne katze es fehlt ein schrann es fehlt ein flüchtling ich schon mal endlich will was ausprobieren so dankeschön stompier einfach mal sterbe ich und jetzt kann ich zu der insel durchschwungen ok es soll ja bei nacht dahin ne es soll ja bei nacht dahin was sag ich wenn meine ausdauer leer ist ertrinke ich also ich glaube ja ich wird gar nie hoch hallo ok das ist sehr unsauber also hätte man sich hier ein bisschen mehr einschliff gegeben glaube ich wäre es ganz cool man könnte jetzt zum beispiel hier nicht rasten das wäre eigentlich ganz cool gewesen oder? ja würde ich jetzt hier rasten können zum beispiel so so ich jetzt hier rum oh ok aua auch keine aua äh jetzt frage wie komme ich nur hier jetzt wieder weg ich wäre eigentlich zu dem schleun da ja starker gegner im säbel britischer training britisches traininganfänger was ist das was wir denn hier noch bekommen ach ja das die katana haben wir ne dann nehmen wir das katana für den erstmal mal katana müsste ich eigentlich gleich nehmen ne ich bin es nicht gleich ich bin ein unterschiedliches Symbol so hier war das so was haben wir hier noch einfach so ein Ding dann haben wir auch hier eine menace 2 gell auch nochmal ein paar Schüschen äh verkehren wirft und das aufgeben ich weiß nicht wie gut was ist das äh die Geschwindigkeit finde ich glaube ich auch nicht nice wobei man das erstmal alles soweit haben wir hier noch äh äh wundermittelpilver ok er durfte das jetzt hier nirgends hochkann das ist kacke da musst du schon schnell reise machen ne so dann machen wir eben schnell reise ach guck mal jetzt sind die hier hallo kann ich irgendwie von hier hier runter ich glaube wenn ich jetzt hier runterspringen würde das wäre glaube ich tödlich oder oder ist hier vielleicht ein Pfad ah hier ist ein Pfad boah boah ok soll ich einfach hier runterspringen oder was muss ich hier lang ich schick's nicht so ganz aber schau mal ob soll ich hier runter haua haua ah ok ok jetzt bin ich hier dann bambus oh oh äh äh falsche beste heller mh ok was bringt was bringt ach ich glaube da ist der links und ist da verehrend besuche ich rein und verschiedene bieten um Fertigkeitspunkte und Segen zu halten ne dadurch habe ich jetzt einen Fertigkeitspunkt bekommen cool was haben wir denn hier noch so aufschubungen wum drücke in der Luft x um von einem Gegner zu springen ok das hat äh Sekiro Style hehehe felle starker gegenstände her ah ok das ist natürlich auch eigentlich wichtig ne was haben wir noch so hier ah das ist gesperrt ok bestienflüsse für schienetiere decken dich nicht mehr so schlecht gibt dir die option deinen gesprächspartnern einen Dialogen anzulügen drücke bestimmte Steckungen an und drücke richtig jemand eher als um Geld zu stillen oh ok das hat schon wieder was von der Assassin's Creed dann Wann zu lügen oh hast du da braucht ich dann charismapunkte für oder wie so was haben wir hier noch ach so die option Dialogen zu überzeugen kann ich aber auch nicht machen ok Ausweisschuss ermöglicht dir das Abfall in einer Handfeuerwaffe wenn du ausweist oh ich habe leider keine Handfeuerwaffe welcher mit Zinn für den negativen Startseffekt ist und verbesserte Gewährleistung mit der Schussgeschwindigkeit von Gewährschüssen sowie den Schaden gegen weit entfernte Gegner aber ich habe nicht genug Punkte schade ok schaden na ok die Minzgewinnung von Gegnern ja ich glaube ich gerade erstmal kein Problem mit das darf ich nicht skillen ok Schurikenwürfel den haben wir schon Schurikenwürfel Wurfreichweite äh tiefweite das Turmgeschüssen zu werfen so interessant gerade für mich da Wasserwurffahrten aufschwungen da machen wir den mal haha macht den sickerungs-style ach das ist gar kein Typ ich dachte über ein Typ ok schade äh ich komme hier nicht zu lang äh ich komme hier nicht zu lang äh oh ich hätte von der Seite reingehen müssen oder was ich habe jetzt echt keine Möglichkeit hier irgendwie hochzukommen da auch nicht aber na scheinbar nicht aber vielleicht habe ich Glück hier wenn ich jetzt so sage oh nein ich bin runtergefallen weil ich zu dumm war habe ich da eine Möglichkeit hier wegzukommen scheinbar nicht wow cool yo hier muss man ja für die Kletterpassage machen ok da müssen wir anscheinend dauern dann gucken wir doch mal ach guck mal das ist richtig schön nass oh was ach so wegen seiner Mutter das überlebt du das oh ja ich richte ich einen Moment in die Glocke ist auch gut ok cool oh den haben wir jetzt nicht gekriegt wegen mhm ist ja gut schon kriege ich ihn jetzt dann gut aber eigentlich oh ach da ach ihr habt auch noch nen Hund ja ja das war das nicht für die Atacke von mir So... Sehr schön. Zillow, dann kann ich jetzt so etwas. Sock. 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 So, und jetzt? Muss ich wieder rüber? Aber wie? Wie komme ich jetzt da rüber? Hä? Habe ich irgendwas nicht gecheckt? Ja, hier haben wir diese komischen... Aber... Äh... Ja. Wir fahren bald unsere Sache zu machen. Egal. So... Ich checke es gerade echt nicht. Zack. Okay. Das ist auch sehr... Wie soll das funktionieren? Wollen wir das mal erklären? Ja. Wie komme ich jetzt da rüber? Ich will da rüber. Hm. Eine Katze und ein Flüchtlinge haben wir noch. Äh... Wir waren da gewesen. Hier könnte der Flüchtling sein noch. Und... Die Weise hatten auch kontrolliert gehabt. Ja gut, hier könnte auch noch was sein. Wie komme ich da jetzt hin? Hä? Das hat auch nicht geklappt. Ich habe echt keine Ahnung. Bin ich jetzt uns so enttäuscht? Ich kann auch glauben, wie ich hinkomme. Ne Muschel haben wir gekriegt. Ja gut. Dann würde ich sagen, leiden wir mal hier hin. Ich denke, da wird noch ein... Typ sein. Ich lasse einfach mal stark von aus. das einzige wort so den wir sehen können da wollen wir noch nicht fahren da oben war ja nix aber guck mal, das ist doch war das doch sogar jemand so bam so ok, man schaut doch nicht da hast du dir hier umgelegt ein Ei da hast du ein Ei umgelegt ok, hier ist nix hier dann ist auch nix ich brauche noch nie schwert gehört oder nicht hallo was haben wir denn hier was haben wir denn hier? soo hier kann ich ja easy hochklettern dann kann ich hier ach und jetzt bin ich wieder im Dorf oh, da kannst du gleich Sachen doppelt looten cool alter Mann ist weg er war bestimmt der Flashtick guck mal, das kann auch noch mal looten hier so viel noch mal looten das war noch ein Stein das war noch ein Stein ja, hm man könnte noch was sein das ist jetzt die Frage, ne da oben waren wir da haben wir noch eine Katze gefunden hier war ja das Dorf hier waren wir gewesen hier waren wir ja gestartet hier sind wir lang gegangen hier könnte vielleicht noch was sein da ist noch was hier könnte vielleicht noch was sein stimmt äh, ich geh nochmal ins Dorf übrigens würde ich sagen zack äh, ich geh nochmal ins Dorf übrigens äh, ich kann doch bestimmt auch hier ok, wir haben Kamerung gewandt in verschiedene Sachen ok hallo wie kann ich dir helfen? äh, ich würde Sachen gerne verkaufen hm könnte ich einfach alles verkaufen ja, ne ach guck mal, haben wir so eine US-Uni von Dings bekommen und so toll ok oh, das ist aber unser Einladungstück, ne äh, wie ich die Ferne Sache mache keine Ahnung ja, wir kommen jederzeit wieder ja, gerne ich hätte dauernd ich vermute das hier und wenn die Katze ist die ich noch nicht gefunden habe so das ist ja jetzt schon eben das ist ja schon nächstes Gebiet deswegen müssen wir hier gucken ich finde mir wird halt gar nichts passiert wenn das Gebiet halt fertig ist vielleicht halt wirklich kriegen wir dann ja dann den Weg irgendwie frei oder so, keine Ahnung so, hallo wir haben schon die Gegner für mich, oder? ist ehrlich, ja bin ich da bin ich da dann finde ich auch so gut, so viel zu ja, Gewehre sind ja so super laut und so und alles, ja irgendwie ja, Gewehr benutzt und ja so links, Mitte, oder? das liegt am Schwierigkeitsgrad das kann natürlich auch sein das auf dem Schwierigkeitsgrad liegt so, hier ist nix, schade was ist denn dieser Kug und der ist der Typ, hä? könnte der sich denn verstecken, hä? bin ich ja jetzt schon wieder am nächsten Gebiet, ne? ja ja nun eigentlich schon ja, vielleicht versteckt das ist ja wirklich da aber wie komme ich da hin? so geht eigentlich mein Mackern schick also, weil ich das im Saal ins Haus gesetzt hab Möcke löschen so hier muss also, also, nun fällt's das Wasser ab ha, den Gewehr ist auch wieder da da muss ich schon wieder hoch also, nun möchte ich drei Stück ja ja ganz oft da muss man auch schon 7 halten also, er hat's einfach nicht gecheckt auch nicht schlecht Alter, wie blind ist der denn? okay also, das muss jetzt aber an der mit deinem Schwierigkeitsgrad liegen diese Blindheit ich werde mal so einschleichen ich werde mal so einschleichen das geht zack bamm sehr schön ach komm, krieg ich sogar noch oder sogar vielleicht bessere Sachen so so jetzt bin ich hier immer noch ist irgendeine Möglichkeit da rüber zu kommen habe ich irgendwas in meinen Attributen übersehen? was mir sowas ermöglicht so jetzt noch alles geben wird Ah guck mal, hier haben wir einen Punkt. Was haben wir denn da? Machen wir aber zwei. Wow, der wäre so cool. Aber ne. So, wir haben den Sprung. Da möchte ich es sehen, in der Luft die Konterfunke auszuführen. Das war der Konterfunke, okay. Ich brauche mal zwei Punkte für. Äh, ja gut, vielleicht bringt man uns das irgendwann mal was. Jetzt können wir mal da rein. So, da haben wir den, da bräuchte ich wieder, wo wir vorigen erstmal. Okay, Bindung. Da haben wir auch noch einiges. Bindungspony. Totstellen. Okay. Was ist hier denn irgendwas, was ich machen könnte? Die Wand sieht anders aus. Kann ich da klettern, Mann? Muss ich irgendwie von oben drauf kommen, oder was? Muss ich von da oben drauf kommen, oder wie? Entschuldigung. So, machen wir mal so. Wollen wir mal. Gibt ja nichts passiert. Was? Was ist schon hier? Was könnte ich durch überleben? Dass sowieso gar ne Schaden überlebt. Mann, da war ich doch, ne? Hätte ich einfach nicht springen können? Ich hätte doch von dem Schaden... Ah ne, ich bin da nicht aufbekommen, ne? Stimmt. Ich bin da nicht aufbekommen. So. Ah, hier bin ich jetzt einfach so hinbekommen. Okay. 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 So, ne? Hat niemand hierhin kommen soll, sonst? Keine Ahnung. Ah. So. So. Und jetzt kommt... Oha. Ne. Ich verstehe, dass ich jetzt da mit diesem Typen hingehen, den Eltern so gehen sollen und dann den Weg hätte gehen sollen. Ja. Das checke ich. Damit wäre ich auch clean mit. Fein mit und so. Oder da ist der Flüchtling die Aufgabe, dann die Mission. Wenn er bis 100 Flüchtling sein. Keine Ahnung. Damit wäre ich ja auch fein. Wenn ich hinkommen würde. Ich bin da mal... Ihr habt ja gesehen. Ich bin da nicht hingekommen. Ich bin da nicht alle. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht alle.